Was ist denn los? Sie brauchen meine Hilfe. Ich muss ins Büro. Oh, Papa hat versprochen, mit mir zu spielen. Aber versprochen ist versprochen. Leo wird es verstehen. Ihr könnt ja heute Abend noch zusammenspielen. Das stimmt, aber ich habe es Leo vorhin fest versprochen. Ich denke, die Arbeit kann noch ein wenig warten. Papa arbeitet spät, hat er sie. Siehst du, seine Versprechen zu halten ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe mein Versprechen leider nicht gehalten. Und bist du bereit für das schnellste Autorennen der Welt? Papa, kann man sein Versprechen vielleicht auch später noch einlösen? Na klar. Dann gehst du zu deiner Arbeit und wir spielen einfach später. Und ich, ich gehe zu Dizzy und halte mein Versprechen, das ich ihm heute im Kindergarten gegeben habe. Didi, du kannst es mit meinem Auto spielen. Wow, toll. Kann ich das mal haben? Na klar kannst du mit meinem Flugzeug spielen. Und danke, dass ich jetzt auch dein Rennauto haben kann. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Regen% Gut.